Unten rechts hier das rundliche Ding, die Geschwindigkeit schneller drehen hier unten. Ja, heute wieder wichtige Neuerungen. Wir haben viel gearbeitet für Sie. Und zwar hier unsere Tagesthemen. Unser Tagesthema, Sucharit Bhakti, Köhnlein, Füllmich, Schiffmann, Fischer, Rosen und der Weg zur Kanzlerschaft. Wir haben jetzt also quasi, allerdings in Schriftform quasi, den direkten Weg skizziert, was ist zu beachten, um am Ende wirklich im nächsten Herbst den Kanzler zu stellen, die Kanzlerin zu stellen. Egal, wer das auch immer dann sein mag, denn bis jetzt hat sich noch niemand sozusagen als Kanzlerkandidat sozusagen genannt oder ins Rennen gebracht. Ist auch völlig egal, wer das am Ende ist. Aber all diese Promis sind eben irgendwo schon mit im Spiel, wie auch immer. So, dann gucken wir uns das doch mal an. Wo ist es? Sie machen einfach folgendes. Sie tippen ein, NextS4, das heißt auf Deutsch NextScientistForFuture.de, also DieNächstenWissenschaftlerFürDieZukunft.de, NextScientistForFuture.de. Tippen Sie ein, dann kommen Sie, sind Sie sofort hier. Nee, eigentlich sind Sie erst mal hier. Und dann ziehen Sie das ein paar Zentimeter runter, dann sind Sie hier. Und dann hier, da ist der erste entscheidende Link und da klicken Sie dann drauf und dann landen Sie schon hier. Ja, Live-Ticker mehrmals täglich aktualisiert. Das haben wir jetzt völlig neu bedienungsfreundlich umgebaut mit viel Mühe. Ja, hier können Sie dorthin kommen, wo Sie selbst etwas dazu sagen können und auch Antwort kriegen. Und dann können Sie hier ganz viel auswählen, bevor es also zum eigentlichen Live-Ticker geht, können Sie auswählen und anklicken. Ich mache das mal aktualisiert, vielleicht habe ich es vergessen zu aktualisieren, ja. Aus welchen, also erstens kann man auswählen, aus welchen neuen Parteien und Promis wird sich die neue große Volkspartei herauskristallisieren. Da sehen Sie dann hier und auch jede Veränderung, was es dann Neues gibt. Wenn neue Promis dazukommen, werden die hier eingetragen, sodass Sie hier immer das Neueste erfahren über die Lage der Parteien. Und Sie sehen hier, die Basispartei hat schon ziemlich viel bekannte Namen, ja, prominente Namen. Denn ohne Prominenz gibt es keinen Wahlerfolg, grundsätzlich nicht, ja. Das ist nicht möglich. Deswegen alle die Parteien, die da vor sich hin dümpeln, die haben einfach keinen Promi und dann passiert auch nichts, ne. Und egal wie gut eine Partei sein mag, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn kein Promi dabei ist, ist sie tot, ja, ist sie schon bei der Gründung tot, ne. So, dann haben wir hier die BIR 2020 EU mit immerhin irgendwie assoziiert, Professor Bakhti, irgendwie vielleicht Bodo Schiffmann assoziiert. Genauso DE vielleicht Bodo Schiffmann assoziiert. Die Föderalen haben noch nichts auf der Liste stehen, das heißt, sie sind im Moment noch im toten Zustand. Also die wissen es vielleicht nur nicht, dass sie, wenn sie keinen Promi kriegen, sie einfach nicht existent sind in Deutschland, ja. So, und dann zweiter Punkt. Warum sind denn diese externen Reformer und die bis zu 56% Wählerstimmen, die sie mitbringen, unentbehrlich für den Wahlerfolg? Naja, das erklärt sich schon an der Tatsache, dass sie eben als Einzige das mitbringen. Aber klicken wir es mal an, ja. So, so, Link in neuem Tab öffnen. Ah, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Hier muss ich hin. So, und dann gucken wir uns das an. Einzige Chance sind die externen unentgeltlichen Reformer, die bis zu 56% Wählerstimmen mitbringen, wie zum Beispiel die Next Scientist for Future. Weitere siehe unten. Jede Partei, ohne die bis zu 56%, die die externen Reformer mitbringen, wird trotz Promis unter der 5% Hürde in der Bedeutungslosigkeit bleiben. Was der Promi Michael Ballweg, also der steht ja für Querdenken, Michael Ballweg bewies, der ohne die Top-Reformer bei der Stuttgart-Wahl mit 2,6% weit abgeschlagen scheiterte. Ja, denn ohne ein kompetentes, ohne die Aussage, die besten Reformer der Welt und Reformdesigner und Reformverfeinerer und Entwickler der Welt an unserer Seite sozusagen, wenn man nicht sagen kann, wir haben die besten Reformdesigner an unsere Seite geholt, die besten Wissenschaftler der Erde zu diesem Thema Staatsmanagement und Reformendesign sozusagen. Und die werden dafür sorgen, dass alles, was wir uns eigentlich wünschten, von einer guten Gesellschaft auch wirklich Realität wird. Zum Beispiel null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit, fast null Krankheit, null Suchtgesellschaft und ja, gesunde, glückliche, zufriedene Menschen in einem Wirtschaftswunder und so weiter. Und also dann auch mehr Geld für uns alle in der Tasche, für alle Arbeitnehmer und so weiter. Ja, das ist, dass, wenn man sowas nicht hat, wie, warum sollen dann die anderen Schichten der Wähler einen wählen, außer den eingefleischten Corona-Nachdenklichen, ne? Also das gelingt nicht, das gelingt nur mit überlegener Reformkompetenz, ja? Denn die Leute wollen ja nicht regiert von jemandem, der einfach nur die Corona-Maßnahmen beendet, aber sonst nichts drauf hat, ne? Das ist der Punkt, ja? Es gilt die unabänderliche Formel. Top-Promis plus externe Top-Reformer plus eventuelle Mäzene, Fragezeichen, ist Wahlerfolg. Also es geht nur so. Top-Promis sind unabänderlich, also ohne Top-Promis geht gar nichts. Und ohne externe Top-Reformer geht auch nichts. Auf Mäzene kann man eventuell verzichten, wäre nur schön, ne? Und nur so entsteht Wahlerfolg. Und ansonsten vergessen Sie es, schließen Sie die Partei sofort, wenn Sie keine Promis kriegen und schließen Sie die Partei sofort, wenn Sie die externen Top-Reformer nicht kriegen. Aber wir, zum Beispiel wir von den Next Scientists, sind ja bereit, im Moment noch jede Partei zu betreuen, solange wir noch Zeit dafür haben. Also, aber ohne Promis hat das auch keinen Sinn, ne? Das macht auch keinen Sinn dann, ne? So, und dann, was ist jetzt zu tun für jede Partei? Ja, das gehen wir wieder hier hin. Ja, immer Link in neuem Tab öffnen. Ja, also, sofern sie nicht zum Fusionieren bereit ist, sondern den Vierkampf aufnehmen möchte. Sofort beginnen mit einer Tour durch alle Sender. Man hat ja gesehen, also die Sendung, ich, also das sind ja, weiß ich nicht, waren das jetzt über 100.000 Klicks? 150.000, 160.000 Klicks, ich weiß, 150.000, glaube ich. Also, es war doch nur die, einfach die Sendung bei, mit, mit, ich glaube, Robert Zibis von, äh, äh, so heißt er, glaube ich, von, von, ähm, Oval Media, ja? Und schon 160.000 Klicks mit Füllmich und Fischer, ne? Und so geht das, ja? Und wenn jetzt noch die nächste, äh, also die, 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 die externen Reformer dabei gewesen wären und es konkret um Reformen gegangen wäre, hätte das noch tausendmal mehr Sinn gemacht, ne? Denn ohne Reformen werden, wie gesagt, die, die Leute, die, der Rest der Gesellschaft über vier Prozent wird dann nicht wählen, ja? Ja, wenn nicht kompetente Reformen vorgestellt werden. Ja, und deswegen werden wir auch jetzt bei Oval Media anfragen und bei Robert Zibis, ob er nicht auch eine Sendung machen möchte mit Füllmich, Fischer und externen Reformern, sodass das losgeht mit der, mit dem, äh, wie, wie das neue Deutschland dann aussieht, ne? Das muss ja gesagt werden, ne? Äh, äh, ja, und solche Sendungen müssen dann überall sein und dann die Sendung zum Beispiel innerhalb von sechs Stunden hatte das Interview mit Epoch Times, wo es eben auch um die Partei Die Basis ging, äh, hatte sofort, äh, äh, sozusagen, äh, wie war das? Wie viel war das? 60.000 Klicks oder so? Ne, ich weiß jetzt gar nicht. Also auf jeden Fall waren es ganz viele Klicks und dann wurde es gelöscht, weil eben einige kleine, bei einigen kleinen Worten, also es ist halt so, dass man, wenn man so unter Freunden redet, darf man vieles sagen, weil ja niemand zuhört. Aber wenn man vor Millionen Menschen spricht und diese Sendung hätte ja vielleicht 100.000 Zuschauer erreichen können, dann gibt es immer böswillige Leute, die sagen, ja, hoffentlich verplappert sich der Filmig oder der, 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 der Interviewer, egal, einer von den beiden, hoffentlich verplappert er sich und sagt ein falsches Wort, das legal nicht gesagt werden darf. Und dann melde ich das sofort bei YouTube und dann wird es gelöscht und dann werden die 100.000 Klicks verhindert, die Hunderttausenden von Klicks. Und genau das ist natürlich geschehen. Da waren einige Worte, da, ich waren insgesamt sieben Worte, wo man sagen kann oder so ungefähr sieben Worte, wo man sagen kann, nee, da kann man löschen. Ja, das, das ist löschungspflichtig dann. Ja, und das ist halt der Punkt, das müssen wir alle lernen, das mussten wir lernen. Bei uns gab es drei Löschungen, bis wir gelernt haben, dass wir eben bestimmte Reizworte, die nicht legal sind, nichts sagen dürfen. Also, erstens, immer, wie müssen diese, also die Teilnehmer dieser Tour, wir brauchen also keine Bustour, sondern wir brauchen eine Talkshow-Tour, also eine Internetsender-Tour, das bringt viel mehr Zuschauer und unser Ziel muss 20 Millionen Klicks Minimum sein. Ja, denn ich weiß gar nicht, diese Bustour erreicht ja immer nur die gleichen Leute und ich glaube nicht, dass da irgendjemand Neues dazukommt. Da ist die Chance im Internetfernsehen schon viel größer, dass man da neue Zuschauer kriegt. Also, immer mindestens ein Promi muss verhilft zu Interesse der Sender und Zuschauer für diese Tour der Sendungen durch die Sender, die Tour durch die Sender oder die, ja genau, die Tour durch die Sender. Und dann muss immer ein Parteiverpreter dabei sein, ja, denn manche Promis sind ja nicht direkt Parteimitglieds, das kann dann auch manchmal in Union sein, muss sie aber nicht. Und dann muss irgendjemand von den externen Top-Reformern dabei sein, weil die bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen mitbringen und dann muss es um Reformen gehen. Und der Ablauf sollte sein, dass die Parteivertreter also beginnen, egal ob das jetzt in der Personenunion ist mit dem Promi. Also, unsere Partei diskutiert eventuell mit der handwerklichen Durchführung der Reformen, externe, unentgeltliche Reformer zu beauftragen. Motto, wir lassen die besten Reformer der Welt, Deutschland total sanieren. Endlich wird überall Gutes tun, gezielt belohnt, statt wie bisher das Gute immer nur vergeblich zu erhoffen. Dadurch verschwinden einerseits die schwarzen Schafe, die kriminell Fehlanreizsysteme ausnutzen. Und es verschwinden andererseits überall die paradoxen Phänomene, dass unsere gesellschaftlichen Sparten sich gegen uns Bürger wenden, wie wir es gerade bei den Pharma-, Virologie-, Impf- und Testsparten erleiden mussten. Ja, das ist ja diese Paradoxie, das kann ich gleich mal hier kommentieren. Ja, das ist ja das Dilemma, dass wir die Paradoxie haben, ja, dass, wenn wir nicht gezielt positive Anreize setzen, sozusagen, dass dann die Sparten sich gegen uns entwickeln, ja, weil die voll sind von Vorteil bringenden Irrtümern und dann sozusagen Geld und Karriere auf unsere Kosten machen. Und sie sollten uns ja eigentlich dienen und denken auch, sie würden uns dienen, Schluck Wasser. Aber die Vorteil bringenden Irrtümer wirken, dass sie uns schaden und uns quasi ausplündern. Ja, und genau das ist ja gerade geschehen mit der Sparte der Pharma-, Virologie-, Impf- und Testsparten, sozusagen, Untersparten. Ja, das ist ja gerade passiert. Ja, entsprechend müssen, könnten einige Themenbereiche dann in der Talkshow gehen würden. Also hier, und danach würde der Begrüßer sozusagen von der Partei sagen, jetzt können wir ja noch ein wenig darüber plaudern, wie die externen Reformer in einigen Sparten der Gesellschaft ganz praktisch ans Reformieren gehen würden. Schluck Wasser. Beispiele für Themenbereiche, über die man dann plaudern könnte, ist zum Beispiel, nie wieder Schweinegrippe, nie wieder Corona, ist möglich durch gekonnte sofortige Reform der hoch, höchst problematischen Gesundheitssparten. Also wie würden Sie jetzt, liebe externe Reformer, rangehen an so einen Bereich zum Beispiel? Mit welchem Grundansatz und machen Sie doch mal ein Beispiel, wie Sie formen könnten, sei es mit Wohlfühlstimme oder mit Budgetlösungen oder wie auch immer, oder mit Schadensersatzsystem und so weiter. Ja, und dann auch nochmal wird über das Wirtschaftswunder gesprochen hier, aber das sollten Sie sich ja alles selber durchlesen, ja. Ich überfliege das nur noch schnell. Die Stimme macht auch schon nicht mehr mit. So, ja, also dann geht es hier um die Sparten nochmal und die Gefährlichkeit der Sparten und jede Sparte, dass sie eben sehr, sehr gut mit ihren Irrtümern lebt, denn die bringen viel Geld ein. Ja, und dann, nach einigen Sendungen, fängt die Basis der jeweiligen Partei an, vorläufig zu konsensieren und abzustimmen, ob und welche externen Reformer sie eventuell mit der handwerklichen Durchführung beauftragen will. So, und jetzt ist diese Seite beendet, dieser Aspekt beendet. Und dann die wichtigsten Tipps, hier finden wir nochmal die wichtigsten Tipps zum Wahlkampf. Das ist genau das, was ich eben angedeutet habe. Das werde ich nochmal hier kurz hier. Also, das sind die Grundregeln. Das Pech der Demokratie ist ja, dass, wenn die Masse sich von den Killerviren des Geistes, den vorteilbringenden Irrtümern, die die einzelnen Sparten absendern, hat einer Gewirnwäsche unterziehen lassen und diese Killerviren des Geistes drücken jetzt aufs Gehirn und die Masse irrt sich, dann müssen wir dem leider doch gehorchen, weil das ist das Drama in der Demokratie. Wir können nicht eigenmächtig, dann sind wir nämlich Diktatoren, wir können doch nicht eigenmächtig hingehen und sagen, da ihr euch irrt, übernehmen wir das Regiment und machen unsere eigenen Gesetze. Geht nicht. Also deswegen, alle Regeln einhalten, steht hier genau beschrieben. Es sei denn, wir wollten die Demokratie auflösen und das wollen wir nicht, sondern wir wollen natürlich als evolutionsbiologische, bodenständige, vernünftige, realistische, naturwissenschaftliche, echte Linke natürlich mehr Demokratie und nicht weniger Demokratie. So, aber wir wollen natürlich die Killerviren des Geistes, die vorteilbringenden Irrtümer raus aus dem Spiel nehmen und das machen wir ja mit unseren Reformen überall. So, und dann, welche externen Reformer stehen zur Verfügung und wie unterscheiden sich die Reformansätze? Ja, da findet man das alles hier. Ja, dann kann man das hier direkt in die Mitte schieben und schon, dass man das in die Mitte schieben muss, ist ja nur, weil ich die Vergrößerung 300 gewählt habe, damit sie auf dem Bildschirm schön was sehen. Ja, da wird erstens die Next Scientist und so weiter wird beschrieben. Ja, da wird nochmal beschrieben, dass es eben in der Zukunft der Menschheit nicht mehr darum gehen wird, irgendwelche Parteiprogrammpunkte oder Reformen in Stein zu meißeln, sondern wie ein Schreiner mit 50 Jahren Berufserfahrung, die durch nichts anderes zu ersetzen sind als einfach 50 Jahre Berufserfahrung, würden diese externen Reformer so lange an jeder Sparte feilen, hobeln, schleifen und so weiter, bis zum Beispiel erreicht ist, null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit, null Krieg, null Terror, fast null Krankheit, fast null Kriminalität, fast null Sucht und so weiter bei gleichzeitig wachsendem und bleibendem Wirtschaftswunder. Ja, das ist der Weg und hier eine durch und durch echt soziale Gesellschaft statt der Pseudosozialen. Wir haben so viele Pseudolinke und Pseudosoziale Konzepte in der Gesellschaft, die in Wirklichkeit höchst unsozial sind. Ja, und dann hier Ökonomie von Mankind, Gemeinwohl, Ökonomie, bedingungsloses Grundgaben und hier dann noch Platz für die Experten, die die externen Reformer, die die Parteien noch gerne benennen möchten und noch in den Kreis hineinziehen möchten. Ja, gerne, gerne. Warten wir drauf, diskutieren wir gerne mit. So, und dann die begeisterten Aussagen von Wählern und Wählern aus der Wissenschaft zu den externen unentgeltlichen Reformern nextscientistsforfuture.de die 56% Wählerstimmen mitbringen. Ja, die anderen haben ja sich keiner Bundestagswahl gestellt, keiner simulierten. Das sollten die nachholen. Da würde sich erweisen, dass die niemals in der Lage wären, 56% zu bringen. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Wenn das von einem seriösen, offiziellen Meinungsforschungsinstitut durchgeführt wurde. Antworten zu Kommentare. Ach so, hier finden Sie also dann die begeisterten Kommentare von Wählern aus dem Internet bis hin zu den Studien und dann der simulierten Bundestagswahl und am Ende die Äußerungen der Wissenschaftler. Ja, hier haben wir irgendwo da unten, da ist die Studie und dann haben wir hier die Wissenschaftler, zum Beispiel hier der Professor Vogel und so weiter. Also alles da, alles bereit. Alles da, alles bereit. Dann die wichtigsten Sendungen, Diskussionen mit externen Reformern, da kann man also, wer schon mal wissen will, in welche Richtung so dieses Hobeln und Pfeilen an den Sparten, also in welche Richtung die externen Reformer an den Sparten pfeilen, damit eben diese Killerviren des Geistes verschwinden und die dadurch herausresultierende Schädigung durch diese vorteilbringenden Irrtümer aufhört. Da können Sie alles hier, zum Beispiel Gesundheitsreform bis hin zu Demokratisierung, Sozialreform, also wie sieht eine echt soziale Gesellschaft im Gegensatz zu einer pseudosozialen Gesellschaft mit der riesigen Parallelgesellschaft von drei Millionen Arbeitslosen und Obdachlosen und so weiter aus, also wie sieht im Moment haben wir eine unsoziale verwahrloste Gesellschaft und das geht am Ende bis zu Professor Harald Wallach, der ja bei uns Mitglied ist und Spitzbart auch, der war auch bei uns und dann hier zum Beispiel unsere Professoren, wenn man da draufklickt, kann man ja mal Professor Mertens, einer unserer Top-Professoren im Talk mit einem großen Magazin ja und hier ja na was habe ich jetzt für einen Fehler gemacht ach so da ist der Fehler ja dann der beste TV-Sender der beste TV-Sender da finden Sie die Bedienungsanleitung dann hier zum besten TV-Sender überhaupt da ist mit uns etwas befreundet und ruft häufiger bei uns an und so weiter und die sind richtig gut die jungen Leute und die Parents die dabei sind die die stellen also quasi das Best-Programm zusammen das es überhaupt gibt das heißt also zum Beispiel hier alles spielt sich in den Playlists ab 1 Playlist erstens ist älteres Programm viertens ist das neueste und fünftens wird dann noch neuer sein und so weiter und das neueste Programm schauen wir nun mal ganz kurz rein klicken wir mal da drauf ja das ist jetzt der Beginn der Playlist das ist Termin 12 vom Corona-Ausschuss wo ich ja als Assistent die Next Scientist for Future vertreten habe aber Sie sehen es hier geht es mit dem Playlist da sieht man immer wieder die gelöschten ja und jetzt da sieht man Playlist 4 ist schon ziemlich lang die wird auch irgendwann dann geht es zur Playlist 5 über und Sie sehen es ist das neueste was die in die Sendung reingetan haben wir geben denen auch manchmal Tipps was sie reingehen geben sollen und so weiter was sie entdeckt haben ist Dr. Klaus Köhnlein sechs Minuten dann nochmal Dr. Klaus Köhnlein was war los ja dann unsere neue Regierung das ist eine Produktion von uns dann das mit den unseren Professoren mit Professor Mertens ist auch eine ältere Produktion von uns und so weiter das tun die mal immer wieder rein damit man mal eine von vielen Produktionen mit den Professoren auch sieht weil es ja immer diese Links- und Rechts-Kriminellen gibt die behaupten unsere Professoren gäbe es gar nicht dabei gibt es zehn Sendungen oder mehr mit den Professoren und so weiter also absurder geht es nicht aber jedes Mittel ist halt Recht für die Links- und Rechts-Kriminellen das kann man nicht verhindern das ist unglaublich so und dann Arte ist hier drin ja Arte zu den Corona-Maßnahmen einigermaßen sachlich wenn auch Mainstreaming im Land der Lügen wie uns Politik und Wirtschaft manipulieren das muss man aber dann übertragen auf Corona ja und ja wobei das Wort Lügen im Land der Lügen schon wieder zu hart ist vielleicht sind es ja nur Irrtümer ne also denn Lügen unterstellt ja quasi dass es sich um schwarze Schafe handelt also um kriminelle schwarze Schafe die bewusst lügen und betrügen aber wie gesagt das ist schwer nachzuweisen vielleicht irren sie die Leute sich auch nur ja und wie groß der Anteil der schwarzen Schafe bei dem ganzen Spiel ist ist ich vermute der ist nicht so besonders groß das sind mehr die sich Irrenden ja und sich Irrende sind genauso gefährlich wie schwarze Schafe Eva Rosen ja hier ja hier Arte Big Pharma ja die Allmacht der Konzerne viele Sendungen von die von uns produziert wurden und was haben wir hier über die Basispartei da geht es hier beim Pogrona-Ausschuss über die Basispartei ja und so geht es immer weiter hier Produktion von wir2020.de von Economy for Mankind für die Partei nie mehr Steuern zahlen darauf sind wir eingegangen hier ist ja unsere Kritik dieser Sendung und da kommt die Sendung dann im Original also es ist quasi so ein Dialog zwischen zwei Sendungen und hier haben wir Fokus Online Großdemo also Sie sehen es ist ein buntes Programm ein kunterbuntes Programm der besten Sendungen des gesamten Internetfernsehens also eigentlich nicht eben der beste Sender best of dessen was man überhaupt schauen kann in Deutschland und das finden Sie da ja und dann haben wir hier das war's und dann dann kommt schon also das ist jetzt immer relativ kurz ja wenn man das klein macht ist es nur noch relativ kurz und wenn man das die Seite nicht die Schrift nicht so groß macht und dann kommt jetzt immer sofort der Live-Ticker dann ja von neu zu älter ja und das heißt neueste Nachricht ist ja so Dr. Schiffmann Frankfurt Wasserwerfer überall schlechte feindsinnige Berichterstattung nutzt das dem Ziel große Volkspartei also die Frage stellt sich was soll das sich anlegen mit der Polizei für den Wahlerfolg bringen Fragezeichen schadet das eventuell dem Wahlerfolg ja und die Frage bei diesen Talkshows bei diesen Sendungen ja bei diesen Sendungen würde quasi die Frage so ungefähr lauten die die Partei dann auch so in die Runde stellen würde wenn unsere Partei die Next Scientist for Future zum Beispiel als externe Reformer einsetzen würde wie würden sie zum Beispiel ja das Gesundheitswesen reformieren oder das Sozialwesen reformieren und so weiter oder wie wollen sie null Arbeitslosigkeit erreichen und so weiter ja und dann sind wir doch im Geschäft dann läuft es doch und dann nächste Meldung hier Dr. Schiffmann versucht und wir schreiben nicht genau das Datum dazu das ist aber immer das eine ist immer das ist das neuere und das ist das ältere Dr. Schiffmann versucht in Berlin die Polizisten durch wissenschaftliche Argumente überzeugen zu wollen Demokratie funktioniert aber so dass die irrende Mehrheit der Polizei Befehle erteilt und nicht die Erkenntnis und nicht die Wahrheit sondern es sind die vorteilbringenden Irrtümer die Killerviren des Geistes die sich im Gehirn der Masse festgesetzt haben und das erteilt nun mal der Polizei Befehle in Form der Regierung nämlich die Regierung ist ja auch voll von diesen Killerviren des Geistes unserer Sparten unsere wie war das unserer Pharma Virologie Impf- und Test Sparten und diese Killerviren dieser Sparten diese vorteilbringenden Irrtümer haben sich überall ausgebreitet und da können Sie also lesen was wir da empfehlen und so weiter und das heißt hier sind jetzt nicht mehr die Empfehlungen drin was tun sondern hier ist wirklich nur noch der reine Ticker mit mit kurzen Tipps und Sie sehen es ja hier in dem Tipper da geht es um das Interview mit Dr. Füllmich von Epoch Times und so weiter und dass wir da viele Klicks verpasst haben das sind so die Anfangswirrungen im Wahlkampf wenn man wenn man da auf einige Worte verzichtet hätte die man so unter Freunden gerne sagen kann aber nicht vor Millionen Zuschauern dann hätte das vielleicht auch Millionen Zuschauer gebracht weil es eben nicht gelöscht werden könnte denn diese Sendungen werden mit Argus Augen von den Feinden und Gegnern des Guten beobachtet und wenn auch nur ein falsches Wort drin ist dann wird gesagt hier YouTube da ist dieses verbotene Wort drin und bitte sofort löschen und dann wird das auch gemacht und YouTube kann nicht anders wenn jemand das meldet dass da ein illegales Wort verwendet worden ist und noch einmal zur Erinnerung fast alles was man so im Freundeskreis sagt ist in Wirklichkeit vor Publikum verboten und kann gerichtlich sogar bestraft werden denn im Freundeskreis kann man das ja nur deswegen sagen weil einen niemand anzeigt aber wenn man vor Millionen Leuten redet zeigt einen garantiert jemand an und bei YouTube heißt das Anzeigen dass man zunächst mal gelöscht wird und wenn das zu oft passiert wird wird man halt gesperrt ja und dann Dr. Schiffmann ja also da wird geschildert wie die Medien schon jetzt schon anfangen Dr. Schiffmann ins Abseits zu schreiben ja und wenn das so bleibt da ist die Frage irgendwann ist man auch mal verbrannt wenn die Journalisten sich eingeschossen haben auf jemanden und dann hören die nämlich nicht mehr auf und wenn die nämlich nicht mehr aufhören dann hat auch eine Partei keine Chance mehr dann muss sie sich sogar irgendwann notgedrungen von einer Person distanzieren wollen wir hoffen dass es nicht so weit kommt ja gut das war's ja das war's und natürlich können Sie auch die Homepage lesen ja da sind wir wieder bei unserem Bilde da sind wir wieder zurück im Bilde also dann nochmal zurück hier also wie geht der Weg der Kanzlerschaft indem einfach alle vier Parteien unsere Bedienungsanleitung die aus vielen Jahren der Erfahrung in allen großen Parteien und mit eigenen Parteien die wir aus wissenschaftlichen Zwecken gegründet haben und so weiter aus all dieser Erfahrung und diese Mitgliedschaft war auch aus wissenschaftlichen Gründen wir wollten wissen wie unser warum unser Demokratiesystem nicht funktioniert und dazu muss man einfach nur mal in die Parteien gehen dann sieht man warum es nicht funktioniert weil es völlig dysfunktionale Sachen sind und deswegen müssen wir ja auch Demokratisierungsreformen durchführen na denn man sieht doch dass diese Demokratie überhaupt nicht funktioniert und deswegen hier also der Weg zur Kanzlerschaft ist ganz klar und der geht eben über ja auch über die Grundformel das was ich eben gesagt habe diese Killer Viren des Geistes die sozusagen diese vorteilbringenden Irrtümer diese VIs die müssen wir aussterben lassen durch PAs also durch positive Anreize diese Kurzformel müssen die externen Reformer gezielt anwenden also die neue Volkspartei der Mitte mit einer Prise Linkslastigkeit und haben sie keine Angst vor dieser Prise Linkslastigkeit das ist wir als bodenständige vernünftige realistische echte Linke machen nicht so einen Quatsch wie die DDR oder die Sowjetunion oder wie wie ist uns ja oder machen nicht solche Fehler wie sie die jetzige Politik macht ne also das war es doch schon wieder ja also der Weg zur Kanzlerschaft ist genau skizziert einfach das daran halten und das abarbeiten und zwar abarbeiten diese ganzen vielen Talkshows und Sendungen und ich werde am Montag anrufen und versuchen einen Auftrag an Ovalmedia und Robert Zibis zu erteilen die erste Mustersendung kurze Mustersendung zu machen sozusagen mit den Next Scientists als möglichen möglichen der externen Reformer und vielleicht Dr. Füllmich und Frau Fischer Rechtsanwältin Viviane Fischer dann sieht man sich wieder ein Wiedersehen quasi und dann geht es jetzt um die Frage und wie bitte schön Corona Maßnahmen sofort beenden ist ja selbstverständlich aber wie kann man Massen an Wählern gewinnen und mit welchen Reformen muss man sie überzeugen können wie muss zum Beispiel die Gesundheitsreform aussehen auf die die Bevölkerung ja schon seit Jahrzehnten vergeblich wartet und so weiter also das war's tschüssi bis bald und lesen sie das alles das ist der Fahrplan und der Ticker da sehen sie immer das Neueste nur wenn was ganz Besonderes geschieht gibt es eine extra Sondersendung Eilmeldung ansonsten finden sie immer alles im Ticker alle paar Stunden wird das überarbeitet und aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht tschüssi bis bald abonniere abonniere abonniere